In dem folgenden Kurzfilm möchte ich über Diabetes und die Sexualität bei Männern sprechen. Ich werde hierbei vor allem auf Erektionsprobleme und den Testosteronmangel eingehen, da diese beiden Störungen bei Männern mit Zuckerkrankheit sehr häufig vorkommen. Mein Name ist Dr. Christian Leiber-Kaspers. Ich bin Urologe mit den Zusatzbezeichnungen Andrologie und Sexualmedizin und ich arbeite seit Anfang 2022 in der Klinik für Urologie, Kinderurologie und Urogynäkologie des Alexianerkrankenhauses Maria Hilf Krefeld. Vorher war ich 27 Jahre in der Klinik für Urologie des Universitätsklinikums Freiburg beschäftigt. Außerdem bin ich derzeit Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Andrologie sowie der erste Vorsitzende des Informationszentrums für Sexualität und Gesundheit . Mit Diabetes und den Folgen für die männliche Sexualität beschäftige ich mich seit mehr als 20 Jahren. Mein Anliegen ist, dass betroffene Männer mit Diabetes und sexuellen Funktionsstörungen erfolgreich geholfen wird. Die Patienten sollen verstehen, welche Störungen hier häufig vorkommen und wie man diese erkennt. Ich will die Patienten ermutigen, keine Hemmungen zu haben, mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin auch über sexuelle Probleme zu sprechen. Eine erfüllte Sexualität ist sicher auch für Männer mit Diabetes und deren Partnerinnen und Partner ein wichtiger Teil der Lebensqualität. Leider kommen bei Männern mit Diabetes sexuelle Störungen häufig vor. Daher möchte ich zwei der aus meiner Sicht wichtigsten Themen in diesem Zusammenhang jetzt näher beleuchten. Dies sind Erektions- bzw. Potenzstörungen, die medizinisch als Erektile Dysfunktion bezeichnet werden und das Testosteronmangelsyndrom. Grundlage meiner heutigen Ausführungen sind die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse zu diesen Themen, so wie sie in den geltenden Leitlinien der Europäischen Urologenvereinigung, EAU, beschrieben werden. Beginnen wir mit der Erektiden Dysfunktion und damit mit einem echten Tabuthema. Natürlich fällt es keinem Mann leicht, über Probleme mit seiner Erektion zu sprechen. Dabei kommen Erektionsstörungen bei Männern mit Diabetes sehr häufig vor. Es gibt also keinen Grund, warum ihnen dies peinlich oder unangenehm sein müsste. Wann spricht man eigentlich von einer Erektilen Dysfunktion? Sicher nicht, wenn es mal beim Sex nicht klappt. Nein, eine Erektile Dysfunktion liegt erst dann vor, wenn über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten in der Mehrzahl der Fälle die Erektion so schwach oder so kurz anhaltend ist, dass Geschlechtsverkehr nicht mehr möglich ist. Dann liegt eine ernsthafte Gesundheitsstörung vor, die in der Regel auch erhebliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit des betroffenen Mannes und seine Partnerbeziehung hat. Bezüglich der Ursachen von Erektionsstörungen geht man heute überwiegend von körperlichen Störungen aus. Psychische Faktoren als alleinige Ursache einer Erektilen Dysfunktion kommen eher selten vor, wenngleich die Psyche natürlich bei allen Männern mit Erektionsproblemen mit betroffen ist. Da für eine gute Erektion vor allem die Steuerung mithilfe der Nerven und intakte Blutgefäße verantwortlich sind, können alle Erkrankungen, die hier Störungen hervorrufen, zu entsprechenden Problemen führen. Die Penisarterien, in denen das Blut zu den Schwellkörpern fließt, haben nur einen Innendurchmesser von ein bis zwei Millimetern. Sie sind also sehr dünn. Daher treten hier bei entsprechenden Risikofaktoren die Folgen auch besonders früh zu Tage. Man bezeichnet die Erektionsstörung deshalb auch als ein Frühwarnsymptom für grundsätzliche Probleme mit dem männlichen Gefäßsystem. Es gibt Studien, die dementsprechend zeigen, dass Erektionsstörungen bei Männern, die später einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erleiden, in der Regel sechs bis acht Jahre vorher schon aufgetreten waren. Man sollte es also unter keinen Umständen so weit kommen lassen, dass durch eine Gefäßverkalkung das Blutgefäß vollständig verschlossen ist. Zur Feststellung einer Erektilen Dysfunktion ist nach den geltenden Leitlinien die genaue Erhebung der allgemeinen Krankengeschichte und eine spezielle sexualmedizinische Befragung durch einen qualifizierten Arzt oder eine qualifizierte Ärztin notwendig. Außerdem gehören noch eine körperliche Untersuchung, speziell der Genitalorgane und eine Blutdruckmessung sowie bestimmte Laboruntersuchungen dazu. Falls Anhaltspunkte für eine nicht ausreichende körperliche Belastbarkeit bestehen, muss unter Umständen auch eine weitergehende kardiologische Abklärung erfolgen. Spezielle Untersuchungen wie die Durchblutungsmessung mit Ultraschall im Rahmen einer künstlichen Erektionen sind nur in Ausnahmefällen notwendig. Kommen wir jetzt zu den Behandlungsmöglichkeiten. Für Männer mit Diabetes und Erektionsstörungen gibt es heutzutage erfreulicherweise verschiedene gut wirksame Therapieoptionen. An erster Stelle sehen die Leitlinien verständlicherweise die Behebung negativer Einflüsse bzw. deren Vermeidung vor. Wünsche und Erwartungen der Betroffenen aufnehmen. Ausführliche Information und Beratung zu Therapiemöglichkeiten. Therapieentscheidung gemeinsam mit Betroffenen. Zusätzliche psychosexuelle und medizinisch-physikalische Behandlung. Identifikation und Therapie von behandelbaren Ursachen der Erektilen Dysfunktion. Lebensstiländerung für ein gesundes Gewicht und gute Blutzuckerwerte. Ein vorhandener Diabetes mellitus oder Bluthochdruck müssen also optimal eingestellt werden. Genauso muss ein chronischer Nikotinkonsum unter allen Umständen beendet werden, da dieser sonst unweigerlich zu einer weiteren schweren Schädigung der Erektion führen würde. In der nächsten Stufe kommen Medikamente in Tablettenform in Frage, allgemein bekannt als Viagra oder Potenzpille. Diese können entweder bei Bedarf oder bei einem Präparat auch als Dauertherapie eingenommen werden. Reicht das nicht aus, gibt es auch die Möglichkeit, mit einer ganz feinen Nadel gefäßerweiterte Medikamente direkt in die Penisschwellkörper zu spritzen. Daneben gibt es auch nicht medikamentöse Alternativen, wie die Anwendung einer Vakuumpumpe. Hierbei wird ein Plexiglaszylinder über den Penis gestülpt und dann durch Unterdruck passiv Blut in die Schwellkörper gesaugt. Ein Gummiring verhindert anschließend den zu schnellen Abfluss des Blutes. Für die Männer mit Diabetes, die unter einer schweren organischen Erektilendysfunktion leiden und bei denen die zuvor genannten Methoden nicht wirksam sind, steht zuletzt mit dem Penisimplantat seit jetzt fast 50 Jahren eine sehr gute und erfolgreiche Behandlungsmöglichkeit zur Verfügung. Hierfür werden heute in der Regel hydraulische Implantate verwendet, die vom Patienten selber aktiviert und deaktiviert werden können. In entsprechenden Zentren ist die Komplikationsrate eines solchen operativen Eingriffs erfreulich niedrig. Im Gegensatz zu den Tabletten und Medikamenten zur Injektion werden Vakuumpumpen und die operative Behandlung in der Regel von den Krankenkassen bezahlt. Da es bei den Tabletten heute aber verschiedene Anbieter von Nachahmermedikamenten, sogenannten Generika, gibt, ist der Preis erfreulicherweise für die betroffenen Patienten nicht mehr so hoch. Das zweite Problem, welches ich heute ansprechen möchte, betrifft sicher nicht nur die Sexualität, auch wenn Testosteron das zentrale männliche Sexualhormon ist. Testosteron spielt aber im männlichen Organismus an vielen Stellen eine wichtige Rolle. Mögliche Folgen eines Testosteronmangelsyndroms bei Männern. Mangel von Gesamt- oder bioverfügbarem Testosteron. Nachlassen des sexuellen Verlangens. Störung des Fettstoffwechsels. Vermehrtes Bauchfett. Stimmungsschwankungen und Depressionen. Hitzewallungen. Herz-Kreislaufstörung. Verminderte Bildung von roten Blutkörperchen. Knochendichte Minderung. Prostataerkrankung. Penislänge und Penisvolumen. Insulinrezeptorresistenz inklusive Diabetes mellitus Typ 2. Erektionsstörungen. In der Pubertät kann zum Beispiel die Entwicklung der männlichen Geschlechtsorgane und der Prostata nur unter einem ausreichend hohen Testosteronspiegel stattfinden. Testosteron spielt eine wesentliche Rolle für die Libido, das sexuelle Verlangen. Auch für eine gute Erektionsfunktion ist ein gewisser Testosteronspiegel notwendig. Daneben hat Testosteron einen Einfluss auf die Bildung der roten Blutkörperchen und den Knochenstoffwechsel. Für Männer mit Diabetes besonders wichtig ist der Einfluss von Testosteron auf den Zucker- und Fettstoffwechsel. Im Gehirn gibt es ebenfalls Testosteron-Rezeptoren, sodass auch hier einige Abläufe durch Testosteron beeinflusst werden. Die Ursachen für einen Testosteronmangel können entweder eine gestörte Funktion der Hoden sein oder eine Störung im Bereich des Gehirns, wo die notwendigen Steuerungshormone ausgeschüttet werden. Bei Männern mit Diabetes und Übergewicht, welche beide Teile des sogenannten metabolischen Syndroms sind, kommt ein Testosteronmangel in über 50% aller Fälle, also sehr häufig vor. Deshalb spielt seine Erkennung auch eine medizinisch wichtige Rolle. Umso mehr als Studien zeigen, dass Männer mit Diabetes und einem Testosteronmangel eine verkürzte Lebenserwartung haben. Wie wird nun die Diagnose eines Testosteronmangel-Syndroms gestellt? Hier wird von den geltenden Leitlinien eine zweimalige Laboruntersuchung, möglichst am Vormittag und bei Nüchternheit, mit Bestimmung des Testosteron-Spiegels im Blut empfohlen. Liegt der Testosteron-Spiegel in beiden Messungen unterhalb des definierten Grenzwerts, ist die laborchemische Diagnose sicher. Die Diagnose eines Testosteronmangel-Syndroms darf aber nur dann gestellt werden, wenn auch typische Testosteronmangel-Symptome wie ein Nachlassen der sexuellen Lust, Erektionsprobleme, Konzentrationsstörungen, vermehrte Müdigkeit, Antriebsarmut, depressive Symptome, ein Nachlassen der Muskelkraft oder eine knochendichte Minderung vorliegen. Kommen wir nun noch zu den Behandlungsmöglichkeiten für Männer mit Diabetes und einem Testosteronmangel. Hier gibt es zwei etablierte Verfahren, um dem Körper das fehlende Hormon zu ersetzen. Dies passiert entweder als Testosteron-Gel, welches täglich an bestimmten Stellen auf die Haut aufgetragen wird, oder als Testosteron-Depot-Injektionen, welche in größeren Abständen in einen Muskel, typischerweise am Gesäß, gespritzt werden. Mit diesen Verfahren gelingt es, die Testosteronmangel-Situation erfolgreich zu therapieren. Bei Männern mit Diabetes hat dies oft sehr positive Auswirkungen auf den Stoffwechsel bis hin zu einer relevanten Verbesserung der Zuckerkrankheit selber. Die Behandlung eines Testosteronmangelzustandes bei Männern mit Diabetes ist eine medizinisch notwendige Leistung, die von allen Krankenkassen bei korrekter ärztlicher Indikationsstellung übernommen wird. An dieser Stelle möchte ich noch einen wichtigen Hinweis geben, dass Testosteron entgegen der häufig geäußerten Sorge keinen grundsätzlich negativen Einfluss auf die Prostata hat. Bestimmte Prostata-Erkrankungen müssen aber vor einer Behandlung mit Testosteron ausgeschlossen werden, sodass der vorherige Besuch bei einem Urologen oder einer Urologin bzw. einem Andrologen oder einer Andrologin unbedingt zu empfehlen ist. Zum Abschluss möchte ich noch auf den wichtigen Bereich der Präventionsmöglichkeiten und die Bedeutung eines gesunden Lebensstils eingehen. Durch eine optimale Einstellung ihres Diabetes, regelmäßige körperliche Aktivität und Sport, die Vermeidung von Übergewicht und vor allem dem schädlichen Bauchfett sowie eine gesunde Ernährung können Sie sowohl die Erektionsfunktion verbessern als auch ein Testosteronmangelsyndrom vermeiden. Tun Sie also etwas für sich. Ansonsten möchte ich Sie ermutigen, mit Ihren Ärztinnen oder Ärzten auch ganz offen über sexuelle Probleme zu sprechen. Nur so kann Ihnen geholfen werden und Hilfe ist in fast allen Fällen möglich. Für fachliche Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren behandelnden Arzt oder Ihre behandelnde Ärztin, speziell an Ihren Diabetologen, Urologen, Andrologen oder Endokrinologen. Für Tipps und Unterstützung im Alltag mit Diabetes steht Ihnen die Selbsthilfe zur Seite. Ich wünsche Ihnen eine gute Gesundheit, eine erfüllte Sexualität und ein aktives Leben mit Diabetes. Vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank für's Zuschauen.